Hilfe! Es war mal im Jahre 2015, als sich die Sonne verdunkelte. Brad Funnel City wurde von Zombies besiegelt. Nur der Bankangestellte, Herr Pfannkuchen, hatte ein Medikament, um zu überleben. Mal sehen, wer mich heute besuchen kommt. Du bist dran! Bald bist du! Oh nein, die Sprüche ist leer. Und du bist bald einer von uns. Neues Medikament aus dem Meer ist meine einzige Rettung. Mh, lecker! Röstmännchen! Ein guter Snack an einem guten Tag! Hi! Hi! Ich brauche Medikamente, die Zombies werden immer mehr! Wenn ich dich danach rüsten darf? Gerne! Oh nein, ich habe eine bessere Idee! Hi! 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 Verfischt nochmal, er hat mich reingelegt. Ich würde gerne ein Konto eröffnen. Und so hatte Herr Pfannkuchenau dieses Sonnenfensternis überlebt. Ich würde gerne ein Konto eröffnen.